Übrigens, das gehört sich nicht, was wir momentan machen. Alles durchstürbar. Don't try this at home! Kate? Mit ihrer alten Haarfarbe. Ah, wir haben ein paar neue Charaktere freigeschaltet. Hier kann man sich was über Warren durchlesen. Hier über Chloe. Und hier über Rachel. Kate hat eine Nachricht geschrieben. Oh ja. Ich habe diesen Ort nicht in fünf Jahren gesehen. Sieht so wie immer. Da laufen nämlich die Nachrichten. Wow, total schlechter Empfang. Wir haben alles in der Welt. Habt ihr in der Küche einen Fernseher? Wozu? Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn Burgers in Arcadia. I better get one soon. Mmm. Einkaufsliste? Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Ja, in der Küche. Ein Fernseher. Während man hier auch einen hat. Sehr praktisch. Wenn ich diese Bildung habe, würde Adira stehen auf deiner Scheine. Was? Oh Gott. So viele Kindheitserinnerungen. Ach, haben wir auch alles geguckt. Pups. Ah, hier. Hier draußen gibt es bestimmt noch einige, was das war. Aber die waren nur ein paar Monate voneinander getrennt. Ich habe ein paar von meinen Freunden jahrelang mit gesehen. Oh, ich liebte diesen Schwing. William hat es nur von mir und Chloe gemacht. Okay, gehen wir zurück. Es gibt nichts interessantes. Keine Fotos. Nix. was ist das hey i remember that staying chloe and i knocked over choices wine bottle and we scrubbed for ever but it never came out we got so busted und das ist immer noch da warte mal ich konnte doch hier irgendwo was machen okay dann gehen wir jetzt endlich in die garage chloe's stepdad is head of security at blackwell he wants to put surveillance cameras all over the school how paranoid can you get chloe's stepdad is a veteran and a security guard he must really hate her o m g yes score one of these guns is missing i hope chloe's stepdad isn't packing heat wenn eine waffe fehlt könnte ich mir gut vorstellen dass so sollte man seine waffen nicht aufbewahren ganz ehrlich da kommt doch jeder dran oder sehe ich das anders auch wenn jetzt scheint ja eine tür mit glas und so zu sein aber ganz ehrlich wenn man eine waffe ran will dann haut man das glas kaputt schnappt sich eine waffe und kann mit amok laufen wie man will also das ist ein grund warum ich die amis so hasse warum wird diese sequenz warum wird das äh chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms for reals this guy has serious trust issues to chloe and joyce you know about this ah der überwacht wirklich alles der typ ist krank hoffentlich nicht in chloe's zimmer das wäre pervers da würde ich schon anzeigen ne das ist nicht chloe's zimmer also in chloe's zimmer war er noch nicht ok ok naja wauzer map of blackwell academy i wonder why um kameras zu installieren das sind doch alles äh hier kamera digga genau placements of cameras so nach so nach ok schließen wir das wieder ok schließen wir das wieder der typ ist ein Arschloch diese sind zu groß ich brauche kleine Werkzeuge für diese Kamera keine Passwort so wie es würde mir auch die Werkzeuge finden und doch wie ist es denn doch ach du w 갖고 du du hast du ? die Nichts. Und dort? Bitte. Also da war ja nichts. Gut. Ach ja. Hatten wir schon. Hm? Hm? Also er ist auf jeden Fall von der Zombie-Ap-Kalypse, äh, ja, Ja, ähm, weiß nichts zu wertzusetzen, er wird auf jeden Fall in der Zombie-Ap-Kalypse erst mal nicht verhungert. Na toll, was jetzt? Ich hab immer noch keine Tiny Tools. Okay, dann geh ich mal wieder hoch zu ihr. W-w-w-w-w-was? Okay. Okay. Ja, ist klar. Ich find aber keine Tiny Tools. Wovor stecken die sich? Hier drin? Ja, ich hab da schon geschaut. Oh, Precision Screwdrivers. Except, ich kann sie nicht erreichen. Das war sehr wunderschön, Scheiße. Kein Platz. Oh, Precision Screwdrivers. Except, ich kann sie nicht erreichen. Ach ja, jetzt kann's klappen. Da 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 dumm. Ja, du hast schade Konsequenzen, Max. Ich hab die Tools. Ich sollte zurück nach oben gehen, bevor Chloe frekt. Hallo. Obwohl, ich würde gern nochmal wissen, was mit dem Vogel jetzt ist. Ah, mein Ohr an Scheiße, dass du wie... Ah. Blöde Kopfhörer. Er ist immer noch da. Aber warum kann ich vor dem Leben kein Foto schießen? Du bist zurückgezogen, Bertie. Fliege, sei frei. Das ist doch einer der Fotos. Nee, das ist auf einem Stein. Kaputtes Skateboard. Sonnenuntergang. Ich hoffe... Ich hab wirklich nichts verpasst. Und wenn, ich kann ja immer noch in den Collectible Modus gehen. Ähm, Chloe... Warte, wo war das Zimmer nochmal von der... Ich hab mich gar nicht mehr in der ersten Ecke. Das ist schon mehr so ein Dachbodengeschoss. Finde ich aber nett. Guck mal. Du hast die Tools. Schön. Du kannst an meinem Desk und deine Kamera fixieren. Ich kann das nicht fixieren. Das sind deine neue Fotos? Ja. Ich habe sie heute. Lass mich mal sehen. Booyah, du skank. Karma ist eine B***h. Auch eine gute Framierung. Warte. Ich habe das schon gesehen. Ich habe das schon gesehen. Uh... Nein, warte. Wann hast du das gemacht? Du hast diese Fotos, du bratt? In der B***h. Heute. Du hast die Alarm. Das ist warum Nathan nachforscht. Du hast dich nachforscht. Das ist total Sinn. Du hast die Welt geholfen. Du hast mich geholfen. Jetzt sag mir die Wahrheit, Max. Ich war da. Halt in der Körner. Du hast mich geholfen. Du bist ein Ninja. Ein Ninja hat sich geholfen von Nathan. Ich habe nur eine Butterfly-Fotos gemacht. Das ist so badass. Oh, ja. Ich habe mich fast verletzt, als ich die Räume gesehen habe. So? Du kennst mich? Ich war nicht sicher. Ich weiß, dass ich sehr anders sehe. Ich war auch Angst. Ich konnte nicht direkt sehen. Ich bin nicht schuldig, Max. Wie du sagst. Es war so einfach ein Tag. So? Du musst du überhörst unsere Konversation. Ein bisschen. Es ist gar nicht möglich, dass du nicht alle Vowel hörst. Okay. Ich habe nur etwas über Geld gehört. Drugs. Aber das ist es. Jetzt für die große Frage. Du hast jemanden gesagt? Absolut. Nathan Prescott hat eine fucking GUN auf dich. Du schuldig. Du schuldig. Wie schuldig. Du hast du gesagt? Der Prinzip. Aber er hat mich nicht geliefert. Der Prinzip? Du bist noch 12? Der Drunk-Jack-Auskopf nur interessiert über Geld für Blackwell Academy. Du hast ihn nicht. Ich habe dich nicht zu sagen. Ich habe dich überhaupt nicht zu sagen. Ich versuche. Danke Gott. Ich werde dir noch mehr sagen. Und ich wirklich, Max. Ich weiß, dass es dein Geburtstag ist. Der Jahre altes Monat ist. Das war mein Vater. Ich wollte dir das erste Mal machen. Ich will sie. Das ist so cool. Du siehst mein Vater. Aber ich kann es nicht nehmen. Das ist so cool. Mein Vater würde mich geblült wenn ich ihn nicht benutze. Und jetzt weiß ich, dass es gut ausschließlich benutzt wird. Und ich das Bild von diesem Bild ist, als Symbol der Unbeziehung. Es ist gut, genau? Ja, natürlich ist es cool. Vielen Dank. Diese Kamera ist so süß. Jetzt haben wir die Muschie-Shit aus dem Weg... Ich fühle mich als Stage-Divin. Los geht's das Ort! Du bist verrückt! Ja, ja, ich bin fucking insane in der Bühne! Los geht's! Shake das Boney-White-Ass! Oder take meine Bildung mit deinem neuen Kamera! Okay, machen wir ein Foto, wie sie gewollt hat! Ruhig! Das Song fucking rules! You can't dance, hippie! Come on! Rock out, girl! Yes, break it down, Max! Du, turn it off! Turn it off! How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on! Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. I'm changing give me a minute don't get smart just let me in one second my bra is stuck what's going on in here Jesus I'm just trying on clothes you're so friggin paranoid yeah combat will do that to you one of my guns is missing did you take it oh god I didn't take your stupid gun you do know I believe in gun control wait is that grass you've been token up again in here oh yeah guns weed you were tripping balls I'm sick of your disrespect tell me the truth that's an order whose is it I'm sorry that was my joint well well I don't like strangers in my home especially dopers so you're bringing drugs into my home how about if I call the police that screw up your spotless blackwell record you do seem to get around max I'm sick of you losers dragging Chloe down missy you sure do like to pop up and start trouble like this afternoon you don't have anything smart to say now do you the hell away from her man stop harassing my friends you don't have any friends like you know you're not even a real cop you're a fucking security guard I was a soldier Chloe and max if I see you here again you'll learn all about real trouble because you're such a badass max let me show you my new toy I'm price Chloe price bang Jesus put that thing down chillax sister it's not even loaded yet I thought you believed in gun control yes I believe I should control the gun it's the men you need to be checked you trust Nathan or David thanks for taking the heat we totally smacked his punk ass down max he's no match for you and me now that was an epic win anyway let's sneak out the window there is one cool place we can hang in this heck hole man that did not go well for me if I want to keep my blackwell scholarship I shouldn't lie for anybody even Chloe I have to think about my future this sorry leute unkontrollierbarer körper davon bin ich noch nicht mal so erkältet dass ich eigentlich schlupfen habe sondern habe eigentlich nur husten Und selbst das hat sich verbessert? Ich war nicht hier in forever, also warum fühle ich mich, dass ich gerade hier war? Wow, das ist der gleiche Weg, den ich heute war während meiner Nacht.